Musik Hallo bei Gasti TV Tierportrait. Ich bin Greta und das ist Leonie. Wir sind hier in Krefeld in einem sehr tierischen Garten. Also bei uns hier ist jetzt Rena und Rena war ja in den letzten Tagen und Wochen mit ihrem niedlichen Foto der Star auf unserer Gasti TV Facebook Seite. Wir sind jetzt bei Rena zu Hause und wollen euch mal zeigen, was Rena für eine interessante Wohngemeinschaft hat. Rena liebt hier mit zehn süßen Kaninchen und für die, die die Hunderasse nicht so gut kennen, sie ist eine Steffhündin. Und wie ihr seht, Rena und die Kaninchen verstehen sich einfach super, sie passt auf sie auf. Neben mir steht Lilo, die Besitzerin von Rena. Und Lilo, wie ist das eigentlich mit Rena und den Häschen? Hättest du sie erst ranführen müssen oder wie klappt das alles? Also am Anfang war die Rena noch sehr wild und da ist die natürlich doll auf die zugesprungen. Und dann habe ich mir langsam erst mal die Kaninchen genommen und habe die auf den Schoß genommen und Rena langsam rankommen lassen. Und dann, dass sie die mal lecken konnte, riechen konnte und so hat sich das überbrochen. Dann habe ich Rena angebunden gehabt, dass die Kaninchen von sich aus an Rena erst mal langsam rankommen konnten. Und so hat sich das, ich sag mal so, über Monate hin entwickelt. Und ich bin jetzt sehr glücklich, weil man uns gesagt hatte, das würde nicht so funktionieren, dass das so toll funktioniert, dass wir Rena ganz alleine mit den Kaninchen im Garten lassen können. Und ich bin jetzt sehr glücklich, dass das so toll ist. Vielen Dank.